Für den einen oder anderen, ich weiß, dass viele Trinkmuffel sind, vielleicht auch sich so ein bisschen von den süßen Getränken entwöhnen müssen, dann kann es super hilfreich sein, Infused Water zu trinken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute über ein neues und spannendes Thema zu sprechen, aus aktuellem Anlass vor allen Dingen. Denn es ist warm und wir brauchen Flüssigkeit. Das heißt, wir sprechen heute über einfache Trinktipps, die du jetzt im Sommer brauchen kannst, um deinen Flüssigkeitshaushalt zu erhöhen und natürlich schön hydriert zu bleiben. Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, starten wir gleich los in die Folge. Und kleiner Reminder, bevor wir in die Folge starten, der Naturally Good Summit, 5. Oktober in Düsseldorf. Ich hoffe, wir sehen uns. Dein Ticket zum Thema ganzheitliche Gesundheit, mein Event für dich mit plus 20 Speakern und Speakerinnen, Expertinnen. Wir haben Panel-Workshops, Vorträge, Panel-Talks und ganz viel wissenswerten Austausch an diesem Tag. Und dein Ticket, aktuell noch im Frühbucher-Rabatt, kannst du dir sichern für 159 Euro inklusive großer Goodie-Bag mit einem Wert von über 300 Euro inklusive Lunch-Buffet und Getränken. Das heißt, in diesem Ticket ist alles mit drin, alle Workshops, alle Getränke, alles an leckerem Essen nach meinen Rezepten, alle Masterclasses, Panel-Talks. Also sei dabei, schnapp dir das Ticket. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen. Und mehr Infos findest du natürlich auch hier in den Shownotes, direkt auf der Landingpage und check das aus. Und falls du dein Ticket noch nicht hast, würde ich sagen, schnapp dir eins. So, jetzt starten wir aber los in die Folge. Ja, und kleine Neuerungen hier im Podcast, denn in jeder Folge werde ich dir jetzt immer auch ein entsprechend passendes Rezept am Ende der Folge mitgeben, was du dann findest und direkt für dich in den Alltag integrieren kannst. Also darauf kannst du dich freuen. Da werde ich dir immer noch mal kurz erklären, warum das Rezept genau zu diesem Thema und für deine ganzheitliche Gesundheit so gut passt. Also von daher hier ein kleiner, neuer Gimmick im Podcast. Ich hoffe, du freust dich darüber und bekommst dann natürlich auch immer gleich ein entsprechendes Rezept von mir. Aber jetzt starten wir, nämlich mit dem Thema Trinktipps. Gerade im Sommer brauchen wir noch mal mehr Flüssigkeit als sonst. Aber Flüssigkeit ist natürlich unsere Hauptenergiequelle. Das heißt, nicht nur im Sommer brauchen wir Flüssigkeit, sondern immer. Denn ohne Wasser kein Leben, so einfach ist das. Und wir bestehen zu circa fast 80 Prozent aus Wasser, unser Organismus. Und das heißt, wir müssen natürlich immer gucken, dass wir schön hydriert sind. Denn erst dann, wenn wir ausreichend Flüssigkeit haben, können unsere Ausscheidungssysteme richtig funktionieren, unsere Organe richtig versorgt werden, sodass eben auch der Abtransport, die Entgiftung läuft und wir uns wohl und in unserer Energie fühlen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du ausreichend trinkst. Denn erst dann kann wirklich oder können alle Prozesse und vor allen Dingen auch alle Stoffwechselprozesse am Leben und hoch gehalten werden. Und umso wichtiger ist da natürlich auch noch mal jetzt verstärkt bei warmen und heißen Temperaturen darauf zu achten. Denn bestimmt hast du das auch ganz oft schon mal gemerkt, wenn du zu wenig getrunken hast, dass es dir schwummrig wird, dass du vielleicht Kopfschmerzen hast, dass du vielleicht im allerschlimmsten Fall vielleicht sogar umfällst. Und das ist genau dann, wenn dein Körper eben total dehydriert ist, das heißt keine Flüssigkeit mehr zur Verfügung hat und dein Körper quasi auf dem Zahnfleisch läuft. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, deshalb ist es so unbedingt wichtig, ausreichend zu trinken, denn dein Körper versorgt natürlich auch oder überhaupt die Nährstoffversorgung kann auch dadurch erst entsprechend generiert und gewährleistet bleiben. Denn erst dann können die Nährstoffe entsprechend auch da ankommen, wo dein Körper sie haben möchte und aber gleichzeitig natürlich auch die Ausleitung und Entgiftung deines Körpers kann funktionieren. Und am Ende bleibst du dadurch in deiner Mitte, in deiner Energie und am Ende auch am Leben. Du kannst dir auch da noch mal, um die Wichtigkeit des Trinkens, dir noch mal wirklich vor Augen zu führen. Weil ich weiß, dass so viele Menschen damit oft strugglen, dass sie irgendwie vergessen zu trinken, dass sie es irgendwie nicht in den Tag integriert kriegen, ausreichend zu trinken. Überleg dir mal bitte, wie lange du ohne Wasser leben könntest und wie lange du ohne eine Mahlzeit leben könntest. Da ist das Verhältnis relativ klar. Das heißt, ohne Wasser überleben wir maximal ein paar Tage. Ohne Nahrung können wir durchaus ein paar Wochen überleben, wenn nicht sogar ein paar Monate. Das heißt, hier wird noch mal ganz deutlich, wie wichtig und wie sehr an vorderster und oberster Stelle ein ausreichender Flüssigkeitshaushalt für dich ist. Und deswegen hier noch mal der kleine Appell an dich, jetzt verstärkt darauf zu achten. Und klar, im Sommer fällt uns das vielleicht manchmal besonders schwer. Ich habe mir da über die Jahre wirklich meine eigenen Trinktipps angeeignet, die ich dir auch gleich mit dir teile. Und das fällt mir inzwischen überhaupt nicht mehr schwer. Im Gegenteil, wenn ich nicht ausreichend trinke, merke ich das sofort, dass ich mich matschig in der Birne fühle. Ich bin nicht mehr so energiegeladen, auch oftmals einfach, ja, wie sagt man, so schön Brain Fog habe. Ja, also wirklich ja auch nicht mehr so fokussiert sein kann im Arbeitsalltag. Und deswegen habe ich mir das relativ früh angewöhnt, ausreichend zu trinken. Im besten Fall natürlich Wasser. Und im besten Fall trinkst du zwischen anderthalb und zweieinhalb Liter Wasser am Tag. Und natürlich kann man das jetzt nicht einfach so komplett pauschalisieren, denn es kommt immer darauf an, was tust du über Tag. Ja, und auch danach richtet sich dein Flüssigkeitshaushalt. Das heißt, du musst überlegen, arbeitest du körperlich oder machst du total viel Sport? Dann hast du entsprechend mehr Bedarf an deinem Flüssigkeitshaushalt. Dann reichen wahrscheinlich nicht die anderthalb Liter, weil über die Haut und übers Schwitzen und über die Betätigung, über die Arbeit, ja, entsprechend mehr und vermehrt Flüssigkeit ausgeschieden wird. Das heißt, eben auch geschwitzt wird. Und deswegen auch da bitte immer für dich mal einmal kurz diesen kleinen Check machen. Was, wie sieht denn mein Alltag aus, ja, bin ich viel in Bewegung, mache ich vielleicht dazu noch viel Sport, schwitze ich viel, weil ich, warum auch immer, mich viel bewege, viel schwer körperlich, schwer arbeite. Das muss alles mit einkalkuliert werden und entsprechend dann justiert werden und dann nach oben justiert werden, ja. Also je mehr du schwitzt, je mehr du ausscheidest, desto mehr Flüssigkeit brauchst du natürlich am Ende des Tages auch. Und bei hoher körperlicher Anstrengung und natürlich auch bei hohen Temperaturen braucht unser Körper einfach mehr Flüssigkeit. Das heißt, Trinken ist für unseren Organismus und für unsere Gesundheit lebenswichtig und überlebenswichtig und vor allen Dingen auch das Schwitzen, ja. Das, ja, damit einhergeht, wenn wir genug trinken, dann können wir auch genug schwitzen. Und das ist wiederum im Sommer super wichtig, weil dadurch unsere Temperatur, unsere eigene Körpertemperatur geregelt wird. Ja, das kannst du dir so vorstellen wie so ein körpereigenes Kühlsystem, was da vonstatten geht. Und das kann aber nur funktionieren, wenn du natürlich ausreichend trinkst und dadurch natürlich auch dein Körper entsprechend diese Kühlung in Antrieb geben kann, sodass er eben, ja, dieses Schwitzen anstößt, damit du eben schön von innen und außen gut gekühlt bleibst. Also nicht nur hydriert bleibst, sondern auch gekühlt bleibst, gerade im Sommer, umso wichtiger. So, und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, um vor allen Dingen diesen Leistungsabfall auch entgegenzuwirken und auch diese geistige Leistungsfähigkeit, die damit oft einhergeht, die dann einen Einbruch hat, wenn wir entsprechend nicht genug trinken, um dem Ganzen vorzubeugen. Das heißt nochmal ganz kurz zusammengefasst, Fakten, Wasserfakten, denn unser Organismus besteht ca. zu 70% aus Wasser. Das entspricht übrigens ungefähr ca. 45 Litern, also eine ganze, ganze Menge. Unser Gehirn besteht zu 80% aus Wasser. Und damit ist es eben auch eines der Organe mit dem höchsten Wasseranteil im Körper. Und ja, ich glaube, mehr braucht man dazu einfach gar nicht sagen. Ja, wir brauchen Wasser, unser Gehirn, wenn wir denken, egal was wir tun, wir brauchen einfach Wasser dafür. Und deshalb nochmal zusammengefasst, mindestens anderthalb, wobei das finde ich schon sehr wenig im Sommer, lieber auf zwei, zweieinhalb Liter hochjustieren. Aber je nach körperlicher Aktivität und auch Anstrengung, bitte das Ganze nochmal auf deine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Ja, und jetzt kommen noch meine kleinen Trinktipps für dich, die ich mir auch angeeignet habe schon über die Jahre, die ich aber, also für mich über das ganze Jahr anwende, aber vor allen Dingen im Sommer nochmal verstärkt darauf achte. Und zwar, ich habe es hier auch ganz oft im Podcast schon gesagt und euch erzählt, dass ich mir angewöhnt habe, direkt nach dem Aufstehen Wasser zu trinken. Und ich trinke da normalerweise in der Regel fast einen Liter Wasser, ja, also erstmal wirklich nach dem Aufstehen einen halben Liter bis zu einem Liter Wasser. Erstmal auch, um den Körper wirklich mit Flüssigkeit zu versorgen, der ja über Nacht nochmal komplett mit der Entgiftung beschäftigt ist. Ja, das heißt, da dehydriert er auf natürlichem Wege. Das heißt, wir müssen ihm erstmal wieder Flüssigkeit zurückgeben, damit er eben auch die Entgiftung nochmal Richtung Ausscheidung vorantreiben kann. Und diese ganzen Gifte, die da über Nacht auch entstehen durch diese körperliche Betätigung innerhalb unseres Systems, damit das auch entsprechend gut ausgeschieden werden kann. Also ganz vereinfacht gesagt, damit du gut zur Toilette gehen kannst, ja, und da diese ganzen Gifte auch wieder rauskommen. So, wichtig. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, gleich morgens zu trinken. Ich mittlerweile, das ist ja bei mir jetzt schon über Jahre, wirklich ganz fest integriert in meine Routine. Mittlerweile verlangt mein Körper einfach komplett danach. Also wirklich direkt morgens aufstehen und stell dir ein großes Wasserglas vielleicht schon an dein Bett oder eine Flasche und schau, dass du morgens gleich trinkst. Übrigens, kleine Zwischeninfo. Bitte, wenn du kannst, nicht über Nacht trinken. Denn das wiederum stört deine Verdauung. Ja, auch trinken kann, also ist ein Eingriff in die Verdauung. Und über Nacht wollen wir ja mal den Körper wirklich verdauen lassen und ihn in Ruhe lassen, ja. Und wenn du ausreichend über Tag trinkst, brauchst du nachts nichts trinken. Also deswegen, das ist eher kontraproduktiv. Versuche wirklich ausreichend über Tag zu trinken und dann dir den Körper wirklich mal über Nacht ruhen zu lassen. Und dann am besten gleich morgens wieder auffüllen. Dann, ja, dann geht es natürlich darum über Tag. Ja, das ist das, was mit den meisten schwerfällt. Und dann nochmal der Tipp, wenn du gleich morgens ausreichend trinkst, dann weißt du, dass du schon mal wirklich gut eingestellt bist und schon mal einen guten Bedarf hergestellt hast an Flüssigkeit. Und dir vielleicht auch in der ersten Hälfte des Tages gar nicht mehr so viele Gedanken machen musst. Aber was da dann natürlich trotzdem hilft, wenn du zum Beispiel sitzend arbeitest, am Schreibtisch arbeitest, nimm dir eine große Flasche mit, ja. Eine große Trinkflasche inzwischen gibt es ja ganz oft auch, sehe ich bei vielen so Influencern. Also ich finde immer, man braucht das ja nicht. Aber vielleicht hilft es dir ja, es gibt ja diese großen gehypten Flaschen. Und ja, wenn dir das vielleicht hilft, füll diese Flasche mit Flüssigkeit auf, mit Wasser auf und guck, stell sie dir direkt nebendran. Guck, dass du da immer wieder dran erinnert wirst. Das heißt, direkt vor die Nase stellen und immer wieder zwischendrin trinken und dich daran erinnern. Das kann eine Hilfe sein, ein Reminder sein, denn erst wenn Flüssigkeit und Wasser direkt auch in greifbarer Nähe ist, dann wirst du natürlich auch schneller dazu tendieren, dann auch wirklich zu trinken. Wenn du natürlich erst dafür in die Büroküche musst, um dir dein Glas Wasser zu holen, dann ist es natürlich oftmals so, dass wir im Hustle sind und dann, ja, das vielleicht auch tatsächlich einfach vergessen. Dann, wichtig auch nochmal zu sagen, in stressigen Phasen, weil ich jetzt auch gerade vom Hustle gesprochen habe, kann natürlich auch mal das Thema trinken, also kann dir dein Körper suggerieren, dass du Durst hast, aber er suggeriert dir eigentlich ein Hungergefühl vor. Ja, also auch da nochmal, wenn es auch vor allen Dingen darum geht, weniger zu essen, Wohlfühlkörper, vielleicht möchtest du auch abnehmen, auch dann umso wichtiger nochmal trinken und deinen Körper wirklich ausreichend mit Flüssigkeit versorgen, denn manchmal, wenn er Durst hat, suggeriert er dir einfach ein Hungergefühl vor. Das heißt, wenn er nicht ausreichend Flüssigkeit hat, kann es sein, dass du eigentlich was isst, obwohl du eigentlich durstig bist. Ja, dann kannst du natürlich dein Wasser entsprechend auch aufpeppen. Ja, ich höre ganz oft von vielen Ohren, aber ich bin nicht so, ich bin wirklich ein Wassermuffel, was kann ich machen? Ihr kennt mit Sicherheit meine Rezepte, Infused Water, das ist im Sommer eine schöne Sache, finde ich. Es sieht auch optisch toll aus, denn das Auge isst und trinkt ja auch mit. Das heißt, besorgt dir eine schöne Glaskaraffe, packt dir da ein paar Früchte mit rein, ein paar Kräuter. Das hat übrigens auch natürlich generell gute Effekte für unseren Körper. Da verleiben wir uns gleichzeitig wieder ein paar zusätzliche Nährstoffe und Vitamine mit ein. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass dein Wasser so ein bisschen Geschmack bekommt. Ja, über Infused Water, wenn du zum Beispiel so zwei, drei leicht gecrashte Himbeeren mit da rein gibst, dann vielleicht noch ein Rosmarin-Zweig oder ein bisschen Zimt kann auch mit reingegeben. Dann peppt das das Wasser geschmacklich komplett auf und dann hast du vielleicht auch nicht mehr so das Gefühl, dass du nur reines langweiliges Wasser trinkst, in Anführungsstrichen. Ich finde es ja gar nicht langweilig. Ich liebe Wasser, aber für den einen oder anderen, ich weiß, dass viele Trinkmuffel sind, vielleicht auch sich so ein bisschen von den süßen Getränken entwöhnen müssen, dann kann es super hilfreich sein, Infused Water zu trinken und es sieht hübsch aus. Und im Sommer habe ich das auch total gerne. Eine frische Zitrone mit reingeben. Ja, das sorgt auch nochmal für ein gutes basisches Milieu im Körper, reinigt nochmal zusätzlich von innen. Also da sind ja wirklich den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Also such dir da was Schönes aus und dann hilft dir das natürlich auch da an der Stelle entsprechend zu trinken. Ja, und ansonsten bei den Temperaturen empfehle ich immer auch auf, also zumindest dein Wasser Zimmertemperatur auf Zimmertemperatur zu trinken. Generell eine gute Empfehlung, also nicht nur im Sommer, sondern generell, weil dein Körper natürlich erstmal dieses Wasser, das musst du dir so vorstellen, wenn du eiskaltes Wasser trinkst, dann muss er diese erstmal Energie aufwenden, um dieses Wasser auf Körpertemperatur zu bringen. Das heißt, es wird entsprechend viel Energie aufgewendet, damit dieses Wasser entsprechend deiner Körpertemperatur dann auch passt. Das ist einfach ein Energieaufwand und noch dazu oftmals für viele auch vom Magen her nicht so verträglich. Ich habe mir das auch vor vielen Jahren angewöhnt, wirklich generell auf Zimmertemperaturwasser umzusteigen. Finde es inzwischen so heilsam und fühle mich damit absolut wohl und kann mir gerade dieses kalte Wasser, kann ich gar nicht mehr trinken. Also probiere das mal aus, wie du dich damit fühlst. Aber natürlich, wenn du sagst, bei mir geht nur wirklich gekühltes Wasser, bevor du gar nicht trinkst, dann bitte unbedingt auch das machen. Und dann, last but not least, letzter Tipp. Wenn du eher zu süßen Getränken neigst und da auch wirklich dir mal so was Leckeres, Süßes wünschst, das geht auch alles in gesund, ja. Und da gibt es viele Rezepte bei mir natürlich auf dem Blog, ich teile ja auch gleich noch eins mit dir. Probiere das aus. Mein Tipp an der Stelle ist dann wirklich ein gesundes, süßes Getränk, eine gesunde Limonade zuzubereiten, ohne großen Zuckerzusatz, mit entsprechenden guten Nährstoffen zu arbeiten. Stichwort zum Beispiel Kokoswasser ist was, was du super gut einbauen kannst, ist eines der gesündesten Lebensmittel, weil es so viele Elektrolyte auch enthält. Und du dadurch natürlich auch noch mal Mineralien bekommst, das heißt gerade im Sommer noch mal super wichtig, wenn es dir eh schwerfällt, dann ein großer Tipp auf jeden Fall an der Stelle, Kokoswasser zu trinken und selbstgemachte Limonaden zuzubereiten mit entsprechend gesunden Dingen, vielen Antioxidantien drin, die du da mit einbauen kannst. Als Beispiel vielleicht ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Ingwer, leckere Beeren als Limonade verarbeiten, da sind ja auch wahnsinnig viele Antioxidantien drin, die wir dann auch zusätzlich nutzen können, zusätzlich entsprechende sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, all das tut unseren Darmbakterien gut und davon können wir natürlich entsprechend profitieren. Was ich dir auch noch mitgeben kann als allerletzten Tipp, wirklich dann auch auf entsprechend wasserreiches Obst und Gemüse zuzugreifen und das in deine Ernährung zu integrieren, denn auch über die Ernährung bekommen wir ja auch entsprechend Flüssigkeit. Flüssigkeit ist ja ganz logisch, ja, das wird manchmal ein bisschen vergessen, auch das zählt übrigens zu deinem Flüssigkeitshaushalt, zu deinem Flüssigkeitsbedarf, das kannst du dazu zählen. Und das heißt, wenn es dir nicht so leicht fällt, täglich diese anderthalb bis zweieinhalb Liter zu trinken, dann guck, dass du viel isst, was auch entsprechend viel Flüssigkeit enthält. Lebensmittel, die viel wasserreiche Lebensmittel, die viel Flüssigkeit enthalten, sind zum Beispiel Gurken, Tomaten, Melonen, Orangen, Erdbeeren, Himbeeren, Ananas, Pfirsiche, also all das kannst du super gut in deine Ernährung integrieren und da noch natürlich dann zusätzlich noch von der zusätzlichen Flüssigkeit profitieren. So, jetzt habe ich dir ja versprochen, dass ich dir am Ende jeder Folge ein Rezept mitgebe. Ich habe dir heute eine super erfrischende Matcha-Limetten-Limonade mit Erdbeeren rausgesucht. Die ist so gut und jetzt sage ich dir auch, warum dieses Rezept so belebt und erfrischt und aber auch gleichzeitig gesund ist. Denn erstmal sind Erdbeeren total wasserreich. Erdbeeren enthalten fast 70 Prozent Wasser und das ist natürlich schon mal eine ganze Hausnummer. Das heißt, dieses Rezept ist unglaublich hydrierend. Das kühlt natürlich gut von innen und Matcha gehört auch zu den absoluten Superfoods. Das heißt, Matcha steht ja auch so ein bisschen für den Wachmacher, enthält zahlreiche Antioxidantien, die wir wiederum nutzen können, um natürlich auch entzündungshemmende Eigenschaften davon mitzunehmen und davon zu profitieren, dass Matcha entzündungshemmende Eigenschaften hat. Zusätzlich macht Matcha auch entsprechend wach und belebt dadurch auch und schenkt uns aber auch gleichzeitig einfach diese Energie, die wir über Tag brauchen dann noch. Das heißt, generell finde ich dieses Limonadenrezept einfach nicht nur lecker, sondern auch total gut so als kleinen Wachmacher, wenn man am Nachmittag vielleicht so ein kleines Mittagstief hat und denkt, puh, jetzt ist es ganz schön warm, jetzt brauche ich irgendwie was, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Greif mal zu diesem Rezept, bereite dir das vor. Es ist unglaublich lecker, ohne Zucker zubereitet und du kannst es ganz, ganz schnell vorbereiten und dann lecker genießen. Das heißt, ja, ich habe noch ein bisschen frische Minze mit dazu gegeben. Auch das kühlt ja auch nochmal zusätzlich von innen. Probier das Rezept total gerne aus. Ich freue mich, wenn du es ausprobierst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das ist ein Rezept von meinem Blog. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Und ja, an der Stelle bleibt mir dann nicht mehr zu sagen als go for it. Schau, dass du ausreichend trinkst jetzt bei den warmen Temperaturen, dass du auf deinen Flüssigkeithaushalt achtest, dass du dich selber so ein bisschen dabei austrickst, wenn es dir schwerfällt. Und in erster Instanz mal checken, wie viel Flüssigkeit brauchst du denn? Arbeitest du schwer? Machst du viel Sport? Brauchst du jetzt vermehrt Flüssigkeit? Nimm dir wirklich deine Flüssigkeit mit an deinen Platz, an Ort und Stelle, damit du immer wieder diese Flüssigkeit auch siehst. Starte mit einem großen Glas Wasser in den Tag, um schon mal, ja, ich sag mal so in den ersten Stunden des Tages dafür zu sorgen, dass du ausreichend trinkst und da schon mal gut versorgt bist. Und ja, alles weitere dann über Tag immer wieder schauen, dass du, ja, deinen Becher, den du dir da oder deine Karaffe, die du dir da zurecht gemacht hast, auf jeden Fall leer machst. Und dann hast du ja den super Beweis, dass du auch ausreichend getrunken hast. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei deinen Trinktipps, diese in den Alltag zu integrieren und umzusetzen. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich und würde mich freuen, wenn du den Podcast hier bewertest. Einmal deine Bewertung hier in der iTunes oder auf Spotify auch in der App hinterlässt, deine Rezension darlässt und ja, im besten Fall eine Fünf-Sterne-Bewertung darlässt. Und falls du Fragen hast, dann schieb mir gerne eine Info auf naturallygood-by-adese, auf Instagram, da beantworte ich dir immer alles und ja, freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, fühl dich umarmt, bleib gesund, deine Adese.